Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier bei mir. Und heute zeige ich euch mal meine Minecraft Stop Motion Minifiguren. Und ihr könnt in die Kommentare schreiben, wenn sich meine Sammlung vergrößert hat, ob ich dann nochmal so ein Video machen soll. Okay, dann fangen wir mal an mit der Hexe. Die kann leider... hat leider irgendwie keinen Drang in der Hand oder sowas. Und damit kann ich dann coole Stop Motions drehen. Die habe ich aus einem Dreierpaket mit zwei anderen von mir noch gekauft. Und ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Teil. Machen wir weiter mit dem Geist. Den Geist, den gibt es im normalen Minecraft gar nicht. Vielleicht wird er ja mit dem neuesten Update hinzugefügt. Ja. Also weiß man auch nicht, was der so genau kann. Aber das könnt ihr ja in meinen Stop Motions sehen. Okay, dann machen wir weiter mit dem Eisengolem. Den kann ich zum Beispiel, wenn ich Dörfer bei Stop Motions baue, hinsetzen und der kann die Dörfer verteidigen. Ist auf jeden Fall interessanter Mod. Kommen wir zum letzten. Das ist der Steve in Goldrüstung. Ich kriege auch bald einen normalen Steve. Der Steve war, ähm, auch in dem Dreierpaket da dabei. Und, ja, dann kann er zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie so gegen die Hexe kämpfen. Aber das könnt ihr ja an den Stop Motions sehen. So, und das war's auch schon wieder mit dem Video. Hoffentlich hat's euch halbwegs gefallen. Und lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. Wird mich sehr, sehr freuen. Tschüss. 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 Vielen Dank.